Well, 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 von der Welt der Schoblenkerke. Die Schoblen dort nennen sich Frijolitos Pintos. Das sind viele Sorten Schoblen, die Menschen in Belize und vielleicht in Südamerika, dort leiden sich Worte. Wir leiden hier Pintos, die Pintos. So, ich möchte wissen, wo ich die gleiche Kerke. Und ich habe die gleiche dort, ich brauche das auch noch was, aber ich habe gesagt, das gleiche nicht. So, ich möchte wissen, was wir machen, wo wir die Kerke. Ich habe die gleiche dort. Dankeschön, Frijolitos Pintos. Estilo Strachland. Ok, das erste Wort, wir haben hier Feier, Nahte, Zeppeln, zwei geschnitten, das würde ich hier am Disco nehmen. Bei einem Schmack Brünbrot. Und das war von da wieder. Feier, Feier, Nahte, Zeppeln, ein bisschen Schmutz zu nehmen. Mir steht hier, brauche ich Schweinschmalt, aber von der habe ich nicht. Nun brauche ich, äh, Olive Oil, whatever Schmutz die dann haben. Ok, nun haben wir die Zeppeln, unser Meier, Nahte Brün. Hier haben wir Feier, Tein, Schesnick, Garlic, Ache, Quattro Dientes. Hier haben wir vier Jalapengos abgeschnitten, Quattro Jalapengos, mit sootig Taub. Und dann kann ich auch fangen, schäbeln, schäbeln, schäbeln. Ok, nun haben wir die Zei und Feier gebröt. Und nun wollen wir die Schäbeln, die Feier bringen. Ok, nun haben wir die Schäbeln, die Schäbeln, die Schäbeln, die Schäbeln. Wir wissen, wo das hier alles drin ist. Oh, ja, schäbeln, oi, Karamme. Krags ist dort. Und wissen wir, was das Geheimnis ist, dass die Schäbeln so schäbeln, 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 hier. Hier haben wir, was sie nennen, Porkhawks. Die nennen sie knechels. Das sind die Beine von einem Schwein. Oh, du hast flogen, wie du magst. Du hast kracht, du hast flogen, wie du magst. Und da werden wir das durch den Kerken für zwei, drei, vier Stunden, weil es alle gut ist. Und ich möchte ein Ding sagen. Dann haben wir die Zei. Scheine Schäbeln. Du musst noch ein Ding machen, da musst du nicht durchwiesen. Aber ich möchte sagen, wenn wir sind das in den Kerken. Und diese knechels, die kann ich bei Co-Op in Manitoba oder in Kanada kaufen. Das sind die Porkhawks, knechels. Und das schmeckt bloß. Schäbeln. Schäbeln. Und die Schäbeln. Schäbeln. Wenn du mich vorstörest, dann sind die knechelsen, die knechelsen, das schmeckt. Jetzt habe ich den Schäbeln ein paar Stunden gedrückt. Ich finde das sehr gut. Und die waren mit Tartiers am Boden und das waren wie rüberkassenden. Ich habe den Schäbeln, einfach den Reaktor. scheinen okay wir haben noch kein saltmarkt wir haben die eine stunde gekehrt fangt an sein schmack zu lohnen das sind die knechelst die pork hocks und nun was wir wollen ist das ich wollte erwiesen das ist Heine Suppe, Heine Glatz, Suppe Glatz das sind die Schmack von Backelschaun kalde Tomate und dann was voran da unten ist dann da wo er steht salt und da ein bisschen städte mag und dann macht ihr ein bisschen was mag und dann schmack ihr euch und dann du noch was geglaubt der ihr dort mag durchrehen und schmacken was du das sollte ich nicht essen das was wir brauchen steht salt und dann wollen wir sagen das was Gläuze Seiya scheine schaubeln geben da wo er ein bisschen schmacken raut dann schmecken dann nehmen wir einen Lepel und dann ein bisschen stutter rüte und dann schmeckt ihr das hmmm das fangt dann Seiya schein zu schmecken ich weiß nicht ob man ein bisschen dunkler merken ob es mehr sein kann Krax ist dort wow ich kiegt ihm Seiya Seiya schein das wollen scheine schaubeln sein Seiya schein und wenn wir die Quart ich habe das jetzt geschmackt es schmeckt alle sehr scheine aber das wir noch nicht sehr heute dann habe ich hier was zunahm Chili de Arbol heute steckt 3, 4, 7, 8 nähen sind die Peper schäuben ich würde das hier noch nähen und dann würde ich ein bisschen besser heute wollen wenn dort nicht spicy essen oder heute essen dann was von der bisher glückweig schmecken dat so erklär nu nu wurde das Seiya schein daun nu wurden heimel 2 daaten heimel 1 stunde aus der Kerpen da wurde ein Gläser näher in der Kerken und habe schaubeln für langes Tiet Seiya schein Seiya schein du war langschein dort habe ich mit Ecken halt äh herten zeck einmal dort Seiya schein und dort rechten schmack der gesäufe scheina war da bieten kecken dat Dankeschön ok nu keckte mal nu habe ich habe nur 2-3 stunde keckt zeck einmal dat ju uu du knäterst ze sind alla verkehrt ägd nu wurde or land legen ein da Well oven quasi wow keck die problemat dankeschön Dwa nu werden wir uns habe firesche gehasen Schäuble, weil wir dann hier alle geschäden abwärmen, und dann haben wir das Brötchen mehr. Hier werden noch wieder Fleischbecken von den Knöchels, die wir dann wieder geschnitten haben. Wo haben die geschäden? Der ist Brötchen, und dann wollen wir die Steppchen dreigen, mit den Re-Fried Beings, Fricholes, Re-Fried Beings, und dann haben wir das Brötchen mehr, wo wir dann wieder wiesen. Okay, dann werden wir unsere Tortillas mehr. Schäuble haben wir so fein. Heute ist es hingedrägt. Da können wir sagen, wenn wir jetzt wieder schäublen können. Da, wo wir auch schöne Schäuble haben, da hat man den Knöchel da gemacht. So, ich würde hier so unterhalten, und die Pflege noch nicht von tollen Krähen, wo wir bloß noch ein wiesen. Dann haben wir eine schöne, heiße, schöne Tortillas. Hier werden wir dann halt abwärmen, alles, mit dem. Hier ist schäublen wieder, mit dem. Kräcks ist dort. Da haben wir aufknipert, mit dem. Das war nun alles Brötchen mehr, damit alle haben wir gemerkt, und dann haben wir, dass ich habe erfriert, denn die haben langen Brötchen. Ich kann euch in den Fridchen von der Gonsäuble haben. Langschein, nun haben wir Messwitz in. Nun werden wir mal wissen, was wir hier haben, nun checken wir mal. Woohoo! Nun werden wir die Männer hören. Die Schäuble, nicht auf die Karten, die Schäuble aufzustehen. Schmecken gläues, seierschein. Die Schäuble, nicht auf die Karten, die wir hier erscheinen. Die Schäuble, nicht auf die Karten, die wir hier erscheinen. Die Schäuble, nicht auf die Karten. Das war's. Ja, wir sehen uns auf der Gonsäuble. Die Schäuble, nicht auf die Karten. Die Schäuble und die Schäuble sind um ein paar Frage. Die Schäuble sind wirklich ganz schön. Ich habe kein Karten. Nein, ich habe keine Ruhe, nicht auf die Karten.